Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, mit Unterstützung der Kulturstiftung der Lember und der Staatskanzlei Thüringen den Oberpreileber Annenaltar für das Stadtmuseum käuflich zu erwerben und so dieses bedeutsame Stück Kunst- und Kulturgeschichte für die Nachwelt an diesem Standort zu erhalten. Wir befinden uns hier im Stadtmuseum in Saalfeld. Das ist ein ehemaliges Franziskanerkloster gewesen bis zur Reformation. Und ist seit 1904 inzwischen das städtische Museum, also ein komplett erhaltenes mittelalterliches Kloster. Der Annenaltar ist hinter mir zu sehen ein Reihenaltar, ein Schnitzaltar aus Lindenholz, der kurz vor 1500 entstanden ist und zwar in einer Saalfelder Werkstatt. Anna selbst tritt, die Figurengruppe ist es ja, stellt sozusagen die heilige Familie dar. Da ist die Großmutter Christi, nämlich Anna, ihre Tochter Maria und deren Sohn, das Jesuskind. Und weil das eine Dreiergruppe ist, nennt sich das Ganze Anna selbst tritt. Links und rechts von ihr, aber in prominenter Position, stehen Petrus und Paulus. Und die verweisen auf das Saalfeld der Benediktinerkloster, das ein Peter- und Paulskloster war. Das sind also sozusagen die Hausherren des Klosters. Daneben an den Rändern dieses Reihenaltars, das ist eine Reihe eben von heiligen Figuren, stehen dann noch Johannes der Täufer und der Bischof Dionysius von Paris aus dem dritten Jahrhundert nach Christus, ein Märtyrer. Man sieht es daran, dass er seinen abgeschlagenen Kopf unter dem Arm trägt. An den Flügeln dargestellt ist dann in malerischer Ausführung vier weibliche Heilige. Auch das ist eine ganz Besonderheit. Katharina, Barbara, Elisabeth und Magdalena. Und das ist die Festtagsseite des geöffneten Altars. Und wenn der Altar geschlossen ist, an den Werktagen sozusagen, sieht man außen die Anbetung der heiligen drei Könige und das Jesuskind. Ich freue mich sehr, dass es der Kulturstiftung der Länder gelungen ist, zusammen mit anderen Förderinstitutionen den Analtar für das Stadtmuseum im Franziskanerkloster in Saalfeld zu erwerben. Und zwar nicht nur, weil es sich um ein herausragendes Kunstwerk handelt, sondern weil es sich um ein Kunstwerk handelt, das in der Region in Saalfeld entstanden ist, das etwas über die Regionalgeschichte aussagt, aber auch über die hohe Handwerkskunst im späten 15. Jahrhundert in Thüringen. Und damit eben auch ein Objekt, ein Kunstwerk ist, das insbesondere für zukünftige Generationen einen hohen Wert hat, weil es etwas über die Geschichte der Region und die kulturelle Identität der Region aussagt. Der Altar trägt eine Inschrift. Und aufgrund dieser Inschrift, als man sie im 19. Jahrhundert entziffert hat, hat man zum ersten Mal nachweisen können, dass es in Saalfeld vor der Reformation Wildschnitzerwerkstätten gegeben hat, die solche Altäre herstellten. Inzwischen können wir mindestens acht verschiedene solche Werkstätten in Saalfeld nachweisen. Zum Zweiten ist der Altar wichtig, weil er stammt aus dem Saalfelder Benediktinerkloster, das im 11. Jahrhundert schon gegründet wurde, dem Erzbistum Köln unterstand und das einer der ganz zentralen Faktoren war für die Besiedlung und Christianisierung der gesamten Region, eigentlich ganz Ostthüringens. Und bis zur Reformation auch einer der größten Grundbesitzer in Thüringen war. Von diesem Kloster und seiner Ausstattung ist so gut wie nichts erhalten geblieben. Es ist abgerissen worden später. Deshalb ist dieser Altar als erhaltenes Ausstattungsstück von so großer Bedeutung. Der Altar ist für das Museum speziell für uns so wichtig, weil er eben in Saalfeld entstand. Und weil er ausgestellt ist hier im Kapitelsaal des ehemaligen Klosters, des Franziskana-Klosters, mit weiteren Altären aus Saalfelder Werkstätten und zwar aus verschiedenen Werkstätten. Und weil die alle nebeneinander stehen hier, kann der Besucher unmittelbar das verschiedene kunsthandwerkliche und künstlerische Talent der einzelnen Werkstätten und ihrer Meister vergleichen und studieren. Vielen Dank. Vielen Dank.